Gewaltbereite Fans stürmen den Rasen, zweimal sogar. Es wird randaliert, die Polizei muss einschreiten. So sah die Begegnung von Energie Cottbus gegen den SV Babelsberg vor anderthalb Wochen aus. Und dahinter stecken offenbar mafiaähnliche Strukturen. Ein kriminelles Netzwerk in der Fußball-Fanszene von Energie Cottbus. Die gemeinsamen Recherchen der Potsdamer Neuesten Nachrichten und des RBB zeigen jetzt das gesamte Ausmaß der Situation. Randale beim Auswärtsspiel in Babelsberg Ende April. Dass es hier längst nicht mehr nur um Fußball geht, ist offensichtlich. Was zählt, ist die Machtdemonstration. Gegenüber dem RBB berichtet ein Insider, dass hinter derartigen Aktionen die Gruppierung Inferno 99 stehe, mit starken Verbindungen ins Neonazi-Milieu. Er möchte nicht erkannt werden. Inferno Cottbus ist eine mafiöse Organisation, die wirklich mit aller Gewalt ihre Vormachtstellung im Stadion aufrechterhalten will und das eben auch organisiert macht. Sie hat das Stadion als Plattform zur Verbreitung von rechtem Lifestyle genutzt, zur Etablierung einer rechten Subkultur in Cottbus. Die Gruppierung Inferno bekam vor vier Jahren ein Erscheinungsverbot im heimischen Stadion. Vorausgegangen waren dem eindeutige rechtsextreme und antisemitische Straftaten auf den Rängen. Mit dem Verbot war Energie das Problem allerdings nicht los. Seit Januar ermittelt nun die Polizei mit einer Sondergruppe. Also wir haben eine Größenordnung, die geht aus meiner Sicht über 100 Personen. Der Großteil dieser Personen ist auch der Polizei bekannt. Wir haben eine deutliche Verquickung zwischen Kickboxer-Szene, Rockern, Rechtsextremisten und Gewalttätern Sport in dieser Szene vereint. Energie Cottbus distanziert sich in einer Reaktion auf die RBB-Recherchen in aller Form von rechtsextremen Gewalttätern. Offenbar aber sei man in der Vergangenheit nicht konsequent genug gegen diese vorgegangen. Ja, und das war ein Bericht meines Kollegen Andreas Rausch, Leiter der aktuellen Redaktion im Regionalstudio Cottbus. Und jetzt ist uns Andreas Rausch zugeschaltet. Schönen guten Abend. Hallo. Wir haben ja gerade gehört, Energie Cottbus sagt, möglicherweise sei man nicht konsequent genug vorgegangen. Aber die haben ja durchaus was gemacht. Die haben ja zum Beispiel bei Heimspielen Stadionverbot erteilt. Was hätte der Verein noch machen können? Da sind dem Verein in der Tat die Hände so ein Stück weit gebunden. Die haben eigene Ordner, mit denen sie bei den Spielen anwesend sind. Und die können natürlich unterbinden, dass Gruppierungen mit ihren Utensilien, also sprich Fan-Bannern und so weiter auftauchen. Das haben sie im Jahr 2013 gemacht. Da wurde Inferno mit einem Präsenz-, mit einem Erscheinungsverbot für Heimspiele belegt. Das gilt natürlich nicht für Auswärtsspiele, weil das jeder Verein für sich selbst entscheiden muss. Es sei denn, es gibt ein bundesweites Stadionverbot. So weit ist man noch nicht. Und man hat vor ein paar Wochen noch mal nachgelegt und die unbequeme Jugend, die Jugendorganisation von Inferno, auch da mit einem solchen Präsenzverbot belegt. Also das ist geschehen. Die Vorwürfe, die laufen, glaube ich, eher ein Stück weit zurück in die 90er Jahre, auch Beginn der 2000er, als Inferno sich gegründet hat, als natürlich nicht nur Inferno da war, sondern auch andere rechtsextreme Gruppierungen. Und dass Fußball und Rechtsextremismus ein Problem gemeinsam darstellen, das ist ungefähr so groß das Geheimnis, wie das in einem Wald Bäume stehen. Also das ist bundesweit durchaus bekannt. In Cottbus ist es so, dass man da jahrelang die Augen, glaube ich, zugemacht hat, auch mit der Polizei nicht wirklich intensiv zusammengearbeitet hat. Und jetzt muss man schauen, wie man das Dilemma beseitigt, indem man ja offensiver damit umgeht. Und insofern war der Präsident des Vereins heute in unserem Interview am Ende doch sehr erleichtert, dass das nun endlich offen ausgesprochen wird. Und die Polizei bestätigt uns, es gibt jetzt mittlerweile eine intensive Zusammenarbeit zwischen Verein und Polizei. Muss man schauen, was draus wird. Im Beitrag haben wir gerade einen Zeugen gesehen, der nicht erkannt werden wollte, aber gesprochen hat. Aber das ist tatsächlich das große Problem, dass sich keine Zeugen finden, weil alle Angst haben. Ja, also Cottbus ist, wie man so schön landläufig sagt, ja doch nur ein Dorf. Selbst wenn es eine Großstadt ist, über 100.000 Einwohner. Und trotzdem kennt man sich hier. Und die Angst ist in der Tat offensichtlich groß. Wenn ich eine Aussage mache, möglicherweise dafür in irgendeiner Form Konsequenzen fürchten muss. Wir haben als RBB-Studie hier in der Tat auch längere Zeit versucht, jemanden zu finden, der uns ganz offen dort mal Auskunft gibt. Wir haben ganz viele getroffen. Die haben mit uns geredet am Telefon. Aber als es dann soweit war, ein Interview zu führen, sind viele zurückgeschreckt. Und das zeigt schon so ein bisschen die Ambivalenz des Themas. Dass der Chef der Gewerkschaft der Polizei Brandenburg, selbst ein Cottbus, hat heute noch mal im RBB auch dazu aufgerufen, sich nicht einschüchtern zu lassen. Damit würde man ja quasi diesen Gruppierungen nur entgegenkommen. Sondern wenn man etwas weiß, wenn man etwas gesehen hat, dann bitte eine Aussage machen, um so diesen rechtsradikalen Phänomenen hier in der Stadt irgendwann Einhalt zu gebieten. Andreas Rausch, vielen Dank für die vielen Informationen und die Einschätzung.